Ändere den Wert Taste 1 auf 1, bedeutet im Umkehrschluss, das nächste Mal, wenn wir auf die Taste drücken, wird dieser Fall nicht mehr zutreffen und es wird Else ausgeführt. Somit können wir dann nämlich zwei Funktionen drauf speichern auf dieser Taste. In einem meiner Videos habe ich erklärt, wie man das Signal von solch einer Fernbedienung abgreifen kann und dann das Signal nutzen kann, um etwas zu steuern, wie zum Beispiel eine grüne oder rote LED habe ich da gezeigt. In diesem Video hatte ich den Arduino so programmiert, wenn man auf die 1 gedrückt hat, dann hat die rote LED angefangen zu blinken, hat man auf die 2 gedrückt, hat die grüne angefangen zu blinken und auf der roten Aus-Taste, auf der Fernbedienung, ging das Ganze dann wieder aus. Dann hatte mir ein Zuschauer geschrieben, ob es nicht möglich ist, dass man die Taste 1 so nutzt, dass die rote LED angeht und drückt man das zweite Mal rauf, dass dieselbe LED auch wieder ausgeht. Das gleiche natürlich mit der 2, sodass man sich den dritten Taster spart. Daraufhin hatte ich ihm geantwortet, dass es möglich ist und man einfach nur eine UN-Funktion mit hineinnehmen muss. Ich dachte mir das so, die Taste 1 wird gedrückt und zusätzlich hinterlegt man noch einen Wert und zwar, dass sie zuletzt gedrückt wurde. Wenn man das zweite Mal raufdrückt und dieser Wert, dass sie gedrückt wurde, ist hinterlegt, dann wird dieser Wert wieder zurückgeschrieben. Also die Taste ist wieder aus, also mit so einer typischen UN-Funktion. Allerdings hat das so nicht funktioniert. Ich habe dann einige Zeit rumsuchen müssen und habe mich dann letztendlich dafür entschieden, den Loop komplett umzuschreiben. Und das Ganze gucken wir uns dann an. Der Aufbau ist genauso wie in dem anderen Video, nur dass wir jetzt auf die Taste 1 drücken und die rote LED fängt an zu blinken. Die rote LED fängt an zu blinken. Drücken wir ein zweites Mal rauf, geht sie aus. Das Gleiche natürlich, wenn wir jetzt hier die grüne Taste drücken, also die Taste 2, fängt die an zu blinken. Wir können die erste wieder ausschalten. Wir können sie aber auch wieder dazu schalten. Genau. Und die Funktion der Aus-Taster habe ich jetzt hier nicht hinterlegt. Das heißt, man muss diese LEDs beide einzeln ausschalten. Also nach und nach. So. Wir gucken uns jetzt den Code gemeinsam an, was ich da verändert habe. Das ist nicht besonders viel. Wie gesagt, nur der Loop musste nochmal angepasst werden. Der Rest bleibt fast alles gleich. Eine Kleinigkeit habe ich noch geändert. Ob das notwendig ist, weiß ich nicht so genau. Wir schauen uns das mal an. Was habe ich gemacht? Ich habe erst mal auf Sketch geklickt, bin dann auf Bibliotheken einbinden, Bibliotheken verwalten gegangen und habe geschaut, ob von der IR Remote, von dem IR Remote Sketch nicht vielleicht schon ein, dass es da ein Update gibt. Also habe ich hier oben IR Remote eingegeben. Und hier sieht man, dass IR Remote installiert ist und ich habe mittlerweile auch das Neueste. Ursprünglich hatte ich nicht 3.7.1. Ich habe es geupdatet. Ich hatte irgendeine ältere Version und das habe ich installiert. Dann habe ich zusätzlich noch auf GitHub geschaut, ob es hier eine Veränderung gibt. Also auf GitHub habe ich mir auch IR Remote angeguckt, bin hier mal so durchgescrollt, habe mir mal so überflogen, was hier geändert wurde. Hier sind die Features von der Version 3.x und habe hier ein bisschen runtergescrollt. Und hier sieht man schon bei den Beispielen, dass bei der Version 2.x, also 2.0, 1, 2, 3, was auch immer, dass hier eingebunden wurde IR Remote Punkt H und ab der Version 3 wird IR Remote Punkt HPP eingebunden. Dann steht hier weiter unten auch noch, dass man das anpassen soll und zwar hier in order to support bla 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 bla. Must be changed to include IR Remote Punkt HPP. Damit diese ganzen Funktionen hier verfügbar sind, wir werden die wahrscheinlich gar nicht nutzen. Ich habe es einfach nur geändert, weil es zu der Version passt. Wie gesagt, ich bin das Ganze nur überflogen, ob das jetzt wirklich notwendig ist, wage ich zu bezweifeln. Genau, ansonsten habe ich den Rest gelassen. Das war also in dem anderen Video auch schon erklärt. IR Remote Punkt HPP habe ich nur geändert. Also hier zwei P's, der Rest ist geblieben. Im Setup habe ich auch nichts geändert. Das habe ich auch so gelassen. Den Loop habe ich komplett angepasst. Angepasst und hier unten wieder den Void Loop Red, also dass die rote LED anfängt zu blinken. Das Ganze hier mit dieser Millis Funktion, wie in dem anderen Video erklärt, habe ich gelassen. Loop Green habe ich genauso gelassen. Jetzt gehen wir mal hier den Void Loop durch. Wie funktioniert das Ganze? Also wir fangen hier an mit einer IF-Abfrage, wie in dem anderen Video auch. So funktioniert diese Infrarot-Abfrage. Also wenn er ein Signal empfängt, dann soll er das Signal auch wiedergeben. Und jetzt kommt hier die Änderung. Und zwar gucken wir uns den Command an. Also ich öffne mal kurz hier nebenbei noch den seriellen Monitor. Also ich betätige jetzt hier einfach mal die Taste 1 und dann kommt hier dieses Protokoll. Und für uns ist interessant Command. Und zwar, wenn ich die Taste 1 betätige, habe ich 0xc. Hier in diesem Falle, wir gucken uns den Command an. Wenn der Wert 0xc empfangen wird, dann mache bitte folgendes. Bis dahin wird dieser Pfeil bearbeitet. Beendet wird es mit Break. Sollte die Taste 2, die bei uns 0x18 hat, wenn diese empfangen wird, dann wird das durchgeführt. Default, also gar nichts von alledem. Dann macht er gar nichts. Und am Ende habe ich hier nochmal ein Delay. Das erkläre ich gleich nochmal, warum ich hier noch ein Delay mit eingefügt habe. Und ansonsten wieder IR Receiver Resume. Hatte ich in dem anderen Video auch schon mal erklärt. Wenn man das nicht eingibt, dann wird bei dem nächsten Durchlauf gar keine Taste mehr erkannt. Das ist erforderlich, dass er anschließend noch weitere Tasten erkennen kann. So, also wir gehen hier jetzt mal durch. Also er fragt, wie gesagt, wenn er eine Taste erkennt, dann schaut ihr den Command an. Und in diesem Fall haben wir die Taste 1 gedrückt. Dann spielt er folgendes durch. If, also wenn Werttaste 1 gleich 0 ist. Das hatten wir im ersten Video schon angelegt. Und die Werttaste 1 ist ursprünglich auf 0. Also es trifft zu. Beim ersten Mal betätigen. Dann ändere den Werttaste 1 auf 1. Bedeutet im Umkehrschluss, das nächste Mal, wenn wir auf die Taste drücken, wird dieser Fall nicht mehr zutreffen. Und es wird else ausgeführt. Somit können wir dann nämlich zwei Funktionen drauf speichern auf dieser Taste. So, wenn es aber zutrifft, wie gesagt, ändere es auf 1 um zusätzlich. Schreibe uns bitte noch den Wert mit rein in den seriellen Monitor, dass es eingeschaltet ist. Den seriellen Monitor hatte ich hier. Wir haben also im seriellen Monitor jetzt den Text eingeschaltet. Und zusätzlich habe ich mir noch den Wert ausgeben lassen, der ja jetzt angepasst wurde. Also er war ursprünglich auf 0. Ich habe auf die Taste gedrückt. Jetzt ist der Wert 1. Diese Werttaste 1 kommt dann im Nachhinein, wenn das Ganze hier durchgelaufen ist, kommt es hier nämlich zum Fragen. Und zwar, if, also wenn die Werttaste 1 auf 1 ist, was sie jetzt ist, dann führe bitte folgendes aus und zwar Loop Red. Loop Red, wie ihr in dem anderen Video erklärt, ist ja hier dafür da, dass die rote LED anfängt zu blinken. Bei dem nächsten Durchlauf trifft das ja nicht mehr zu. Wir empfangen die Taste 1. Jetzt haben wir allerdings nicht Werttaste 1 auf 0, sondern wir haben Werttaste 1 auf 1. Also wird nicht if ausgeführt, sondern else. Und else sagt, schreibe uns bitte ausgeschaltet. Hat er gemacht. Und setze die Werttaste 1 auf 0. Jetzt habe ich hier mir den Wert nicht nochmal ausgeben lassen. Könnte man hier zusätzlich auch noch reinschreiben. Also er soll dann beim nächsten Durchlauf uns auch noch sagen, muss nur die richtige Reihenfolge sein, welchen Wert jetzt die Taste hat. Aber ist jetzt nicht unbedingt erforderlich. Warum habe ich das hier überhaupt reingeschrieben? Das ist immer ganz interessant, wenn man anfängt, ein Programm zu schreiben und man vielleicht den einen oder anderen Fehler drin hat, kann man das Fehlersuche nutzen. Wenn jetzt nämlich nichts passiert, wenn ich auf die Taste drücke, dann kann ich in dem seriellen Monitor schauen und kann sehen, okay, er hat jetzt nur dieses Protokollempfang, aber nichts gemacht. Warum schreibt er mir nicht ausschalten? Oder wenn er es reinschreibt, aber die Lampe doch nicht angeht, dann weiß ich, okay, er hat das zwar so umgesetzt, aber vielleicht habe ich einen Schreibfehler in meinem Code drin. Also das ist nicht unbedingt erforderlich. Es ist nur für einen selber, wenn man das Programm schreibt. Oder jetzt hier für das Video, schön übersichtlich. Ich drücke wieder die Taste 1 und er schaltet sie wieder 1 und hat den Wert wieder auf 1 gesetzt. Ich lade es mal eben hoch. Jetzt haben wir auch die Änderungen dabei. Ich öffne wieder den seriellen Monitor. Das heißt, ich drücke auf Taste 1 und hier steht eingeschaltet. Ich drücke nochmal drauf, ausgeschaltet und ich sehe, er ändert mir auch den Wert immer von 0 auf 1 und von 1 auf 0. Bedeutet also, wenn ich die Werttaste 1 auf 0 habe, dann trifft das hier ja nicht mehr zu. Das heißt, er führt else aus und else heißt, schalte mir die rote LED ab. Das gleiche habe ich natürlich auch für die grüne LED. Also wenn dieser Fall zutrifft, ich empfange die 0x18 und der Wert Taste 2, weil Taste 2 ist für die grüne LED, haben wir ausgewählt, wenn diese auf 0 ist und das ist er ja ursprünglich, dann setze den Wert bitte auf 1, damit wir beim zweiten Durchlauf erkennen, dass die Lampe schon eingeschaltet ist. Dann schreibst du mir wieder hier rein, eingeschaltet und den entsprechenden Wert. Das gleiche machen wir hier unten auch hin. Jetzt müssen wir aber natürlich bei else das hochsetzen, weil sonst schreibt er uns den Wert, bevor er ihn umändert. So, jetzt können wir das auch nochmal schnell hochladen. Und das gleiche funktioniert dann auch bei der Taste 2. Hier eingeschaltet 1, ausgeschaltet 0 und bei der roten Taste genauso. Als nächstes, warum habe ich hier ein Delay mit reingeschrieben? Das habe ich aus dem Grund gemacht, weil wenn wir die Taste 1 oder 2 oder je nachdem welche auch immer betätigen, dann wird das Signal relativ häufig empfangen. Das sieht man auch daran, wie jetzt hier die kleine LED, die das empfängt, blinkt. Und drücke ich nur einmal zu lange drauf, dann empfängt er dieses Signal gleich zweimal und würde mir die Funktion auch gleich wieder ausschalten. Also er schaltet sie ein und wieder aus, vielleicht danach gleich wieder ein. Und das ist eher so ein Glücksspiel, ob die ganze Funktion jetzt so abgespielt wird, wie ich es mir vorstelle oder auch nicht. Und deswegen haben wir hier ein Delay drin. Da muss man ein bisschen rumspielen, wie lange dieses Delay sein soll. Ich habe jetzt 400 Millisekunden ausgewählt. Fand ich jetzt für mein Beispiel ganz gut. Ist vielleicht für das ein oder andere Beispiel zu lang oder auch zu kurz, muss man schauen. Das ist eine einfache Variante, um das Ganze zu umgehen, dass das Signal zwei- oder dreimal oder öfter erfasst wird. Ja, und das war es auch schon. Mehr muss man nicht ändern. Auch ein relativ simpler Code, einfach zu verstehen. Wenn dir das Video geholfen hat oder es dir gefallen hat, gib dem Video gerne einen Daumen nach oben. Lass auch gerne ein Abo da. Ansonsten alle verwendeten Produkte habe ich wieder unten in der Infobox zu stehen. Ansonsten bis dahin. Mach's gut. 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 Gut.